Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal und ich möchte euch heute einen frisch ausgelieferten Kickstarter vorstellen, nämlich Dutch Resistance Orange Shell Overcome. Ein Spiel, welches es aktuell nur auf Englisch und auf Niederländisch gibt und ich würde mir sehr wünschen, dass das Ganze auf Deutsch kommt. Von Marcel Köder, der Name könnte vermuten, dass er Deutscher ist. Nein, er ist Niederländer, ein ganz sympathischer Riese in meinen Augen. Wer auf der Messe war, weiß, was ich meine. Er ist wirklich ein großgewachsener Mann, aber sehr sympathisch, sehr netter Mann. Er hat ein Spiel gemacht mit einer sehr persönlichen Geschichte, nämlich auch seine Großmutter kommt in diesem Spiel vor und es geht um den niederländischen Widerstand zur Zeit der nationalsozialistischen Besetzung während des Zweiten Weltkrieges und wir spielen hier eine Visastanzgruppe, Resistanzgruppe sozusagen. Aber anders als man vermuten könnte, sind wir hier nicht irgendwie in einem blutigen Spiel, in dem wir irgendwie Leute töten oder was auch immer. Nein, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht vor allem darum, unentdeckt zu bleiben, gewaltfrei vorzugehen eigentlich und gleichzeitig wenig Aufmerksamkeit zu erzielen und die Moral oben zu halten. Und das Ganze gekoppelt an einen spielmechanischen Mechanismus, der vor allem Pick Up and Deliver bedient. Gut, nehmen wir mal die Box vom Tisch. Ich möchte euch in diesem Video so kurz wie möglich, so übersichtlich wie möglich dieses Spiel erklären. Das wird wahrscheinlich 15 Minuten oder so in Anspruch nehmen, ist mein Ziel wert, vielleicht schaffen wir es auch drunter. Das Spiel kommt mit insgesamt fünf Szenarien und die Szenarien bestimmen auch ganz stark den Spielaufbau. Es gibt insgesamt zwei Spielseiten, diese in meinen Augen schönere, hübschere und auf der anderen Seite eine eher verdunkelte, die euch vor allem empfohlen wird, wenn ihr das Spiel das erste Mal spielt, denn sie ist natürlich farblich dann deutlich entschlackt und ihr habt einfach mehr Überblick. Ich habe mich jetzt auch für die entschieden, weil, wie gesagt, ich die persönlich schöner finde. Die Siegbedingungen variieren, je nachdem, welches Szenario ihr spielt. Die Niederlagenbedingungen sind im Wesentlichen sehr ähnlich. Wenn euer Alibi-Wert, der wird hier auf diesem Board von 10 bis 0 wiedergegeben, wenn der auf 0 fallen sollte bei einem eurer Spieler, dann habt ihr das Spiel verloren. Sollte eure Moral irgendwann im Spiel auf 0 fallen, dann habt ihr das Spiel verloren. Und ich sage mal, die häufigste Niederlagenbedingung ist, wenn dieser Stapel ein Occupier-Karten, der auch je nach Szenario unterschiedlich ist, wenn der aufgebraucht ist, dann habt ihr auch das Spiel verloren. So, dann klären wir auch gleich mal das Occupier-Deck. Es gibt leichtere Karten, die haben einen Soldaten abgebildet und andere mit einem Offizier. Davon gibt es insgesamt jeweils zwölf allgemeine und jedes Szenario hat nochmal vier eigene Karten. Der Spielaufbau ist dabei immer gleich. Ihr mischt diese Stapel und packt dann vier von jedem Stapel ungesehen zurück in die Box und packt dann die vier, die eurem Szenario entsprechen, oben auf den jeweiligen Stapel drauf. Dann vermischt ihr diese Stapel fein säuberlich, besser als ich das jetzt hier mache, und die Offiziere kommen nach unten und die Soldaten nach oben. Das heißt, euer Deck besteht hier immer aus insgesamt 24 Karten und jede Runde zieht je Spieler eine. Also könnt ihr euch vorstellen, desto mehr Spielern ihr spielt, desto seltener seid ihr dran. Denn wie gesagt, wenn dieser Stapel leer ist, ist in einem Szenario der Fall, dann habt ihr das Spiel verloren, wenn ihr Karten nachziehen müsstet. So, des Weiteren geben die Szenarien dann an bei den Aufbauregeln, welche Orte ins Spiel kommen. Wir haben ja verschiedene Orte mit dabei. Drei bleiben immer draußen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Dann bestimmt ihr hier drüben die Schwierigkeit, wo eure Alibi-Stufe angegeben wird, eure Moral-Stufe angegeben wird. Es gibt verschiedenste Missionen. Kurz, ich denke, ihr könnt das alles später entdecken. In der ersten Mission geht es vor allem darum, ihr habt fünf Locations, müsst die anderen Locations sozusagen erstmal freischalten. Im zweiten Szenario ist es so, dass ihr Personen schützen müsst, jenseits der spielbaren Charaktere, die sozusagen von A nach B gebracht werden müssen, aber teilweise nicht über Patrouillen gehen können. Also es werden verschiedene Mechanismen in den verschiedenen Spielen bedarf. Dabei gibt es auch immer Extra-Aktionen, die nur in dem Szenario gelten. Das ist aber alles in einem Maß gehalten. Hier müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen, die euch gegeben werden. Ich habe bisher Mission 1 bis 3 gespielt, 4 steht noch an und es ist auf jeden Fall viel Abwechslung dabei in den verschiedenen Missions-Designs. Das Szenario gibt, wie gesagt, an, welche Orte mitmachen und auch welche Polizeipräsenz ist. Ich mache das mal schnell in der Abwesenheit, damit ihr seht, wie so ein Spielaufbau aussieht, obwohl das jetzt eine total zufällige Verteilung ist. So könnte also so ein Aufbau von den Ortschaften aussehen und ihr seht da zwischen diese verschiedenen Polizisten oder auf der Rückseite sind Soldaten drauf. Das hat folgende Bedingungen. Wir werden uns im Zuge des Spiels zwischen den Orten bewegen, die dann durch diese Straßen verbunden sind und dort liegen halt manchmal dann Polizisten beziehungsweise Soldaten. Gehen wir davon aus, im allerersten Szenario ist das so, alle starten im Meeting Place und wir legen unseren Alibi-Marker hier auf die 8. Bei den Charakteren habt ihr, wie gesagt, historische Persönlichkeiten. Die wählt ihr am Anfang aus. Die haben besondere Fähigkeiten. Hier auch immer eine Hintergrundgeschichte und die könnt ihr dort hinlegen. Die Fähigkeiten definieren sich durch die Karten. Zu denen kommen wir dann gleich. Legen wir alles mal hier hin. Wie gesagt, die nicht genutzten Orte können wir der Übersicht halber auch zur Seite legen. Und wir sagen mal, wir fangen alle hier oben am Meeting Point an. Ansonsten sind auf den Karten angegeben, wo die jeweiligen Figuren starten. So, jetzt ist es so, wir bewegen uns, wie gesagt, über die Straßen. Dort sind diese Polizisten. Wenn ihr über ein Feld geht, also von hier zur Farm und ihr passiert einen Polizisten oder einen Soldaten, das ist egal, zieht ihr immer eine Haltkarte. Und die Haltkarte ist so aufgebaut, auf der linken Seite steht eine Situation. Also ihr müsst bei dem Spiel in der englischen Variante schon die Sprache gut können. Und dann steht hier drüben, für was ihr euch entscheiden sollt. Gucken wir uns die mal im Detail an. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass ein anderer Spieler euch den Text vorliest. Und hier unten habt ihr immer die Möglichkeit, also wollen wir hier sabotieren, den Truck sabotieren oder die Opportunity fallen lassen oder nicht nutzen. So, und je nachdem, habt ihr hier einen Polizisten, ja, oder habt ihr einen Soldaten, hier oben sind die Handlungsoptionen, passieren die folgenden Dinge. Das sollt ihr aber vorher nicht sehen, sondern das soll der Spieler entscheiden, der diese Karte nicht sehen darf. Deshalb sollte man die vorlesen. So, und das handelt ihr halt jedes Mal ab. Das heißt, es ist riskant, sich an den Patrouillen lang zu bewegen, aber es ist mitunter halt nicht zu verhindern. Natürlich können wir das auch umgehen, indem wir sogenannte Zugtickets kaufen. Die sind aber auf der einen Seite nicht so einfach zu bekommen, und auf der anderen Seite können wir keine anderen Personen, die wir zum Beispiel schützen müssen, dort mittransportieren, wenn wir nicht irgendwelche Sonderfähigkeiten haben. Und die Tickets haben auch immer einen Effekt, den man ausführen muss, nachdem man die Karte genutzt hat, den man vorher nicht kannte. Gleiches gilt für Ausweise. Man kann im Laufe des Spiels Unterstützungskarten gewinnen, zum Beispiel, wenn man hier an der Universität tätig ist. Und da kommen wir dann dazu, was hier denn eigentlich das Relevante ist. Eine besondere Mechanik, und dann gehen wir nämlich über in die Phase, wo wir dann die Aktionen machen, und ich euch zeige, was die Aktionen denn alles bedeuten, ist der Aspekt der Moral. Am Anfang eines jeden Tages, es gibt immer eine Tag- und eine Nachtphase, checkt ihr, wie steht es um eure Moral. Hier am Anfang haben wir jetzt einfach den mal auf 16 gelegt, das heißt, je nachdem in welcher Reihe ihr aktuell seid, so viele Moralaktionstoken legt ihr frei. Diese Moralaktionstoken, kommen wir gleich zu, sind sehr cool, denn die bedeuten, dass ihr Aktionen machen könnt, obwohl ihr eigentlich gar nicht dran seid. Zu Rundenbeginn nimmt dann jeder Spieler seine Karten auf die Hand, denn das sind die, mit denen wir dann gleich die Aktionen machen werden. Das ist der Startspieler, also sagen wir, der grüne Spieler wäre jetzt hier dran. Wenn ihr die Karten spielt, habt ihr hier verschiedene Texte drauf. Bei diesem Spieler ist es so, er hat zwei Karten, in denen er einen Oder-Effekt hat, also Aktionen nutzen oder den Spezialeffekt oder die Und. Was sind dann die Aktionen? Genau, da gibt es sogenannte Standardaktionen. Die erste Standardaktion wäre es, sich bis zu zwei Felder zu bewegen. Denkt dran, jedes Mal, wenn ihr hier einem Polizisten passieren würdet, müsstet ihr an diesem Ort dann auch eine Haltkarte durchführen, um zu dem anderen Ort zu gelangen. Eine andere Möglichkeit ist es, ein Ticket auszugeben. Wenn man ein Ticket hat, dann können wir auch die lokalen Aktionen durchführen. Beispielsweise können wir hier eine der fünf Ressourcen erhalten. Die Ressourcen können Geld sein, Informationen, Dokumente, alles, was halt relevant sein kann, thematisch halt auch, zu dieser Zeit während der Besetzung durch die Nationalsozialisten. Also nehmen wir einfach mal an, die erste Aktion, die der Spieler nutzen würde, er würde hier die Karte spielen und würde den oberen Effekt nutzen und nicht den unteren und würde sich hier auf seine Ressourcen, auf sein Tableau, diese Ressource legen. So, dann würde er sich bewegen, dafür nutzt er eine weitere Karte und nutzt aber diesmal den unteren Effekt, nämlich hier kann er von links nach rechts verschiedene Aktionen sozusagen mit nutzen. Und hier geht es um die Sicherheit an einem Ort, nämlich dieser schwarze Stein hier unten, der gibt die Sicherheit an. Am Anfang liegt er bei Orange, da ist alles noch recht sicher. Im späteren Verlauf werden wir gleich sehen, wird die Sicherheit eines Ortes sinken, kommt die irgendwann auf null, wird eine Rate durchgeführt. Das ist sehr, sehr schlecht und das wollte er nicht. Das heißt, er hätte hier die Sicherheit erhöhen können, braucht er aber nicht. Dann geht er hier rüber, bis zu zwei Felder kann er gehen. Hier ist kein Polizist, deshalb muss er auch nichts machen und kann dort die Sicherheit auch noch erhöhen. Also rüber gehen, lokale Aktionen nutzen. Dann können wir auch die Sicherheit an einem Ort verbessern, indem wir einen Würfel würfeln und die Sicherheit des Ortes um die Augenzahl erhöhen. Auch einfach. Und an jedem Ort können wir an Informationen gelangen. Wir können ja mit den Leuten reden. Allerdings reduziert das immer die Sicherheit dieses Ortes. Also das kann riskant sein, denn die Nazis erfahren halt von euren Operationen vor Ort. Und dann gibt es meist noch szenariospezifische Aktionen. Was auch immer geht, ist, wenn ihr an einem Ort steht, könnt ihr miteinander frei die Ressourcen hin und her tauschen. So, das macht ihr so lange, bis ihr eure drei Aktionskarten genutzt habt. Jetzt kommt noch eine Sache dazu, was ich vorhin schon gesagt habe. Jetzt könnte zum Beispiel der blaue Spieler sagen, auch während eines Zuges, also zwischen der ersten und der zweiten Karte, wichtig, Aktionen müssen immer vollständig durchgeführt werden, könnte wir hier eine dieser freien Aktionen nutzen und dann kann man eine der Standardaktionen nutzen. Die Karteneffekte, diese Spezialkarten, können dadurch nicht genutzt werden. Die könnt ihr nur in eurem Zug sozusagen nutzen. Aber trotzdem, ein mächtiges Instrument. Auch der Spieler, der gerade aktiv ist, könnte die noch zusätzlich nehmen, aber halt auch nur für Standardaktionen. So, nachdem jetzt ein Spieler also alle seine Aktionskarten ausgeführt hat, werden die Occupier-Karten genutzt. Dabei ist es so, immer zu Rundenbeginn zieht jeder Spieler eine Occupier-Karte. Die ist geheim, die dürft ihr also nicht mit euren Mitspielern kommunizieren. Und dann, wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr sie ausführen. Dabei habt ihr meist so einen Oder-Effekt und ihr müsst dann halt den linken oder den rechten Effekt ausführen. Hier ist es so, dass wir keine Wahl haben. Nämlich sind wir in einem Stadtgebiet, alles nördlich des Flusses ist Stadtgebiet, oder auf dem Land, dann der untere Effekt. Hier wäre es jetzt so, die Sicherheit an dem Ort, an dem ich mich befinde, würde um 2 reduziert werden und ich würde selber 2 Alibi verlieren. Denkt dran, wenn ihr auf 0 kommt, habt ihr das Spiel verloren. Wie können wir den erhöhen? Durch bestimmte Ortsaktionen, zum Beispiel dort oben im Hospital, können wir unsere Alibi weiter erhöhen. So, und dann kommt die Karte auf den Ablagestabel, dann ist der nächste Spieler dran. So, und in der Tagphase ist es halt so, dass jeder Spieler halt seine Aktionen macht. Sagen wir, der Blaue hat das hier oben auch alles gemacht, hat seine Occupier-Karte abgehandelt. Haben alle Spieler das in einer Runde gemacht, dann kommen wir in die Nachtphase. Dabei wird die lokale Sicherheit erstmal reduziert. Um was? Das seht ihr hier auf euren Boards. Es gibt auch eine leichte Seite auf der Rückseite, das ist nicht ganz so streng, aber ich denke, wir alle wollen das Spiel eigentlich in der Standardversion spielen. Was passiert jetzt hier? Ihr guckt hier, in welchem Bereich seid ihr? Wenn ihr nicht gerade ein Alibi von 10 habt, passiert hier immer etwas. Also hier wird die Sicherheit um 1 reduziert an dem Ort, an dem ich stehe, aufgrund meines Alibi-Werts. Und ihr guckt, wie viele Ressourcen habt ihr. Desto mehr Ressourcen ihr habt, ich finde das auch sehr thematisch, desto auffälliger seid ihr und die Sicherheit an eurem Ort sinkt. Das heißt, da ich eine Ressource besitze und hier in diesem ersten Segment bin, würde ich noch eine Sicherheit verlieren. Da der Blaue Spieler auch hier ist, verlieren wir noch eine für sein Alibi. Gut, das also grundsätzlich dazu. Das macht ihr in jedem Ort, sollte irgendwann, sei es in der Aktionsphase, durch die Aktionen, die ihr gemacht habt und die Occupier-Karten, die Sicherheit auf 0 fallen, dann kommen die Raid-Karts und die sind echt böse, das wollt ihr wirklich verhindern. Nachdem ihr das jetzt abgehandelt habt in der Nachtphase, kommt ihr zweiter Teil der Nachtphase, nämlich die Patrouillen-Karte. Ihr zieht die oberste Karte, ihr seht hier oben immer die Farbe für den Bereich, nämlich der Spielplan ist auch in Farben eingeteilt und Grau ist hier unten. Und jetzt dreht er sie um und hier kommt jetzt, die Moral wird um 1 gesenkt und wir würfeln mit einem Würfel und auf 3 im landwirtschaftlichen Bereich, also hier drüben in der Polizeistation, wird die Sicherheit um 1 gesenkt. Dann bewegen sich alle Soldaten entlang der weißen Wegpfeiler innerhalb des Systems. Soldaten haben wir hier bei Grau nicht, dann aber alle Polizisten bewegen sich schwarz, das heißt, der bewegt sich nach K, der bewegt sich nach J und der bewegt sich nach hier. Die anderen sind ja in einem anderen Farbbereich. Aber nicht schlimm genug, dass sie sich bewegen, sondern sie verändern dort auch die Situation und die Sicherheit an den Orten. Das heißt, der hat sich ja hier bewegt, das heißt an diesem Ort vorbei, der hat sich über den Ort bewegt, also auch nochmal eine Sicherheit vorbei und der hat sich von hier nach dort, also über diesen Ort bewegt, also wird auch die Sicherheit um 1 reduziert. Bei Soldaten würde sie sogar um 2 reduziert werden und wenn auch noch wir dort gestanden hätten, für jeden Charakter würde dann gelten, dass er 1 bzw. 2 Adibi bei Soldaten sogar verliert. Also hier immer gut gucken, dadurch, dass ihr seht, wo die Patrouillen stattfinden, in welchem Stadtgebiet und es gibt auch manche Charaktere, die die Fähigkeit haben, sich die vorher anzugucken, wisst ihr aber, okay, dort wird etwas passieren, dort kann etwas passieren und dann könnt ihr in der Regel noch darauf reagieren. Ja, und danach würde die neue Tagphase angehen, ihr würdet wieder gucken, wo ist euer Moraltoken, Moral wird umgelegt, jeder hält seine Karten auf die Hand, zieht dazu dann noch eine Occupier-Karte und dann läuft so das Spiel im Kern ab. Ihr seht also, im Kern Pickup & Deliver, es gibt ganz viele Orte mit verschiedensten Eigenschaften, wo ihr Ressourcen generieren müsst. Oft ist es so, dass ihr irgendwo anders hingehen müsst, wie zum Beispiel hier, können wir unseren roten Token abgeben, um einen Ausweis zu erhalten, um unsere Moral zu erhöhen, was uns helfen kann in bestimmten Situationen. In der Universität könnten wir diese Helper-Karten hier bekommen. Also einiges los auf dem Spiel, im Kern aber, wie gesagt, Pickup & Deliver und das, wie ich finde, thematisch sehr schön eingebettet in diese Zeit des Widerstandes zur Zeit des Nationalsozialismus in den Niederlanden. Gut, das war mein Überblick zu dem Spiel. Wenn ihr euch für ein Regelvideo, also wo ich wirklich auf alle Regeln eingehe und euch das Spiel dann noch näher bringen kann, interessiert es euch, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es wird, wenn ich alle Szenarien durchgespielt habe, auf jeden Fall noch ein Review geben, also mit den Stärken und Schwächen, die ich euch durchzeigen möchte. Genau. Es wird nächstes Jahr sehr wahrscheinlich einen Reprint zu dem Spiel geben, mit einer wahrscheinlich kleinen Erweiterung, wie das immer so ist. Da habt ihr dann also die Chance, auch an das Spiel ranzukommen. Also seid nicht traurig, wenn ihr erstmal nicht drankommt. Dieses Spiel dient vor allem dazu, erstmal zu schauen, ist es etwas für euch oder nicht. Und ich hoffe, das konnte ich euch mit dem Video irgendwie zeigen. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.